Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Aktuell ist es so, dass ich einfach privat, mit Privatdingen und beruflichen Dingen so hart unter Feuer bin, dass die letzten Tage nicht so viel Zeit und vor allen Dingen auch nicht die Kraft war, um euch, wie es eigentlich gewohnt ist, regelmäßig Videos zu machen. Ich glaube, dass ich heute an dem Punkt bin, wo ich wieder so ein bisschen Energie sammeln konnte. Und deswegen kommt heute das Nächste. Und das ist kein MW2, auch wenn ich das Shirt an habe, das ist einfach Zufall, weil es das erste Mal was im Tisch, was im Schrank lag. Eine Fortnite-Video kriegt ihr heute. Lukas und ich, ihr wisst, Lukas, mein bester Gaming-Buddy, wir haben gesagt, wir machen im Stream, ihr könnt auf Twitch gerne vorbeischauen, solange ich noch auf Twitch bin, wer weiß wie lange, dass wir einfach so eine Art Gaming-Mittwoch machen. Auf Mittwoch andere Spiele, die wir sonst halt nicht spielen. Battlefield, Fortnite, irgendein altes Call of Duty, keine Ahnung, Mario Kart, sonstige Sachen. Ihr wisst, ich bin ja komplett im Tarkov-Grind und das ist halt so der Haupt-Content. Und COD ist halt einfach egal für mich mittlerweile. Auf jeden Fall haben wir Fortnite ausprobiert. Und das Nächste, was ich Fortnite gespielt habe, war bestimmt, keine Ahnung, 100 Jahre her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ihr werdet es jetzt auch im Video sehen, es macht echt Spaß. Also Fortnite hat über Jahre wirklich geschafft, sich zu entwickeln, hat Spielerzahlen behalten, sehr coole Events. Grafik ist halt für Fortnite, es ist halt Grafik, Fortnite-Grafik. Trotzdem ist sie gut, Audio ist gut. Es ist einfach Spielspaß. Und der neue No-Bild-Modus, oder was heißt neu, ist schon ein bisschen jetzt da, der ist wirklich was für Leute wie uns, die halt auch so eher aus dem Shooter-Bereich kommen, die nicht irgendwelche absoluten Bau-Cracks, sonst was sind, sondern einfach nur Fun haben wollen. Und die Runde hat Fun gemacht bis zum Ende. Deswegen schaut sie euch gerne mit mir an. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir echt gefallen. Es ist witzig. Also wenn ihr Fortnite öfter mal sehen wollt, Just for Fun, erwartet hier nichts Krasses, dann schreibt es gerne in die Kommentare, Leute. Ich kriege jetzt noch ein MV2-Video, ihr kriegt zwei Tag-Off-Videos jetzt. Also ich bin wieder an der Arbeit, habt Vertrauen, Leute. Es kommt jetzt wieder Content, wie ihr das gewohnt seid. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wenn ihr im Privatleben und so vom Schicksal eins nach dem anderen in die Fresse bekommt, denkt dran, es kommen wieder bessere Zeiten. Habt euch lieb, haut rein. Ey, Chad, das war Fortnite-Meister, habt ihr gerade gesehen, ja? Ich bin der ungekrönte Fortnite-Champion in den Jahren 2013 und 2015. Solange es auch her ist, dieses Spiel. War aber auch nicht schlecht. Die Runde war gut. Citadel. Ich wollte es markieren und konnte es nicht, weil ich zu dumm war. Oh, Chappie, Level 8. Ich muss aber sagen, die Map sieht ganz schön aus. Ja, vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass die, um so eine neue Map nicht so einen Aufreiz machen wie Call of Duty, dann kommt da immer nur Scheiße bei rum, wenn die eine neue machen. Das ist nicht gelogen, ja? Ich bin wirklich ungekrönter Champion. Ich habe mir nicht gesagt, wer mich hätte krönen müssen. Darf ich wenigstens eine Waffe finden, jetzt zum Anfang, das wäre wenigstens ganz gut. Gut, eine Shotgun-Chat, wobei ich eben festgestellt habe, die Shotguns, gerade diese taktischen, ist grenzwertig, die Dinger, finde ich. Ja, also die Halb-Auto-Pump-Action, die ist nicht gut. Überhaupt gegen vier Leute nicht. Ich habe noch ein Mini für dich. Son Goku! Grasbombe mit... Was? Brauchst du Hilfe? Nee, Son Goku ist tot. Rechts von mir ist einer gelandet. Du schaffst das schon. Oh, oh. Der Bolt hat viel zu viel Leben. Die haben ja alle gerade viel zu viel Leben und diese Waffe ist echt... Diese Waffe hier ist echt scheiße. Hier sind noch Schüsse irgendwo. Rechts über mir irgendwo. Ich habe ein Medi-Pack. Komm her. Ich habe einen Schubsaft. Was genau macht der jetzt? Weiß auch keiner. Ich habe einen Muni stehen lassen. What? Wo das denn? Hey, den habe ich doch gerade getötet, den Typen. Oh, von links schießt einer auf den. Deine Chance. Deine Chance. Ich habe bloß so gedauert. Er liegt, er liegt, er liegt. Und irgendwie kann ich durch Wände sehen anscheinend. Von links kommt einer. Chat, ich cheate nicht. Ich schwöre es euch. Ich... Er ist aber noch einer bei uns. Ich sehe ihn durch die Wand. Ich glaube, weil wir das Gebiet erobert haben mit der Flacke. Okay. Also dieses Rotpunkt, Visier, Kampfgewehr, Ding ist okay, sag ich mal. Aber nur auf Range. Oh, das wird knapp. Die Skies ist aber wesentlich besser. Yeah, das habe ich eben auch schon festgestellt. Ich habe einen Boom-Bogen. Ich liebe diesen Bogen. Schätze. Donnerstag. Das war's mit ihm. Gefickt haben wir dich. Ich habe einen Zapler. Oh, what? Ach, come on. Ich dachte, ich kann ihn essen oder so. Fick ihn. Geiles Ding, Lukas. Viel zu knapp. Ich wollte den Carpador essen, aber kann ich nicht. Ich sterbe gar nicht, ja? Nee, ich bin jetzt der Schott. Was macht? Das ist mir alles gerade viel zu knapp hier. Ah, seht ihr? Ich kann ihn doch essen. Also es ist die Goldene. Ich glaube, die Goldene muss ich behalten. Das mache ich bestimmt irgendeinen Fehler oder so, aber... So, Jet, jetzt brauchen wir nur noch... Heilung. Hier ist ein Medi-Nebel. Was ist ein Medi-Nebel? Damit kannst du dich heilen. Okay. Auch während dem Laufen. Das ist auch cool. Früher war's... Oh, eine Goldene Ska. Von wo? Irgendwo hier. Ich sehe ihn. Kriegt Hits. Unter dir. Hit. Ab ihn. Früher war's so, wenn ihr so eine Kiste aus Versehen, weil ihr irgendwas kaputt gemacht habt, äh, gegengehauen habt, seid ihr gestorben. Absolut asozial. Äh, nicht gestorben. Dann ist die Kiste verschwunden. Ich hab's gehasst. Infanteriegewehr. Okay. Ich glaube nicht, der ich die will. Ich will die hier. Die sind noch Minis. Wo sind die Minis? Ich hab den geworfen. Oh. Hast du genug? Ja, ich hab noch sechs Stück. So, ein Minis geiler als Nate. Nee, Nate. Nice, nice, nice. Ohne kommt. Wieso kann ich die hier jetzt nicht nehmen? Ska hast du, ne? Ja. Schnell die Zone. Let's go, Jet. Ohne, nicht wirklich. Ohohoho. Das passt. Oh. Das Movement einfach besser als in Call of Duty. In Fortnite. Nice. Gut gemacht. Hinter dir, hinter dir. Der, der Schwein. Das Schwein. Das Schwein. Also wenn ich an dem Schwein krepiere, ne? Okay, wir haben einen weiten Weg vor uns. Moin Party. Ja, ja, diese Sprühflaschen. Die ich grad genommen hab. Solcher Bieter? Was ist? Letzten aus deinem verursachten Bonusschaden? Ja, okay. Ich hab einen aktiviert mit mittlerer Munition. Wird manchmal nicht verbraucht. Finde ich schon ganz cool. Am Schießen. Finde ich schon ganz cool. Äh, Gegner. Vor uns. Rechts vor uns. Ja. Er fliegt. Beide fliegen. Beide fliegen. Er ist mal one hit? So, er fliegt nicht mehr. So, irgendwo über uns ist noch einer. Der hat so... Chat, was genau geschieht hier? Er ist abgehauen. Und wo ist er? So, wir haben jetzt auch einen Bot mit Kämpfern. Wie haben wir das gemacht? Ich hab den gekauft für 100 Bachen. Okay. Wenn's die Gegner können, können wir das auch. Dann können wir das auch. Ich hab so einen Stab, irgendwie. Der wahrscheinlich jetzt höchstwahrscheinlich in der Zone krepiert. Also... Ich hab einen Stab. Das ist ein Hammer, der soll overpowered sein. Hab ich gehört. Hinter uns ein Auto. Ist das hinter dir? Äh. Und er ist down. Wichser. Oh, die Teamarbeit. Ich hab die One Shot geschossen und du hast sie abgestaubt. Perfekt. So wie immer. Hier. Oh, hi. Kommst du her? Er hat sich geportet. Jetzt hab ich den Hammer genutzt, aber so übertrieben fand ich den jetzt gerade nicht. Kann sein, dass er schon gepatcht wurde. Oder war denn die OP? Habe ich da was falsch verstanden? Naja. Ich hab keine Ahnung. Oh, sorry. So. Der Hammer ist okay. Wann hilft der mir denn? So. Chat. Jetzt ist Crunch Time. Ich hab wieder neue. Erste Kugel vom Stummgewehr macht mehr Schaden. Okay, das mit den Realizieserweiterung gefällt mir. Ich find das auch ganz cool. So ne Art Perks. Ja, eigentlich schon. Die man selbst aussuchen darf. Selbst das Perksystem hier ist besser als in Call of Duty. Alles ist besser als in Call of Duty. Okay, wir haben noch acht Spieler. Wir sind zu dritt. Rechts, rechts, rechts von mir. Oh, auf dem Berg. Okay. Oh mein Gott. Auf dem Berg noch. Zwei. Werden abgeschossen. Ich auch. Von rechts. Hit, kein Schild mehr. Zieh die nicht. Ich pushe ein bisschen rüber. Ich bin knapp hinter dir. 144 Schaden. Chip Rack. Einer ist tot. Die werden von links abgeschossen. Oder von dir. Das ist der Bot bei uns. Schieß die noch ab. Ach, 16, 80, 27. Okay, der Bot beschützt die ein bisschen. W-what? Was? What? Chat, wie viel Schaden hat der... Ich fand ein Riegewehr. Wie viel Schaden hat der mit zwei Schuss gemacht? Der hat wahrscheinlich nur Headshots getroffen. Ich hatte full life. Der Hammer nervt mich so krass. Jetzt schon. Ey, ich hatte full life und er war fast tot. Und er gibt mir zwei Schuss und ich bin tot. Wow. Wieder eine gute Runde, Chat. Wieder eine gute Runde. Wir hatten 13 Kills zusammen. Ja, verreckt, du dumme Sau. Du dumme Sau. Bastard. Bitch. Verdient verloren. Verdient verloren, du Wichser. Hure. Alter.